Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Bitcoin steht aktuell bei 47.000 US-Dollar. Ich möchte aber heute mit euch über eine Masche sprechen, die eigentlich auf den traditionellen Märkten illegal ist, aber im Kryptomarkt immer häufiger vorkommt, weil solche Plattformen, wie ihr es jetzt hier zum Beispiel sehen könnt, immer beliebter werden, die Daten werden immer zugänglicher und das Ganze wird auch immer einfacher visualisiert und die Influencer oder YouTuber nutzen auch diese Daten in ihren Analysen. Oft wird aber das Ganze falsch interpretiert. Ich möchte euch einmal zeigen, wie Wale mithilfe von Orderbüchern den Markt manipulieren und euch teilweise auch manipulieren, indem sie einfach etwas suggerieren, was eigentlich gar nicht so der Fall ist. Darüber hinaus werden wir auch nochmal über das Leverage Ratio sprechen, was aktuell auch immer wieder zum Thema wird, was auch ein bisschen überbewertet wird aktuell. Das werde ich euch auch noch anhand von Daten und Fakten einmal aufzeigen. Falls dir dieser Content gefällt und dich weiterbringt, dann lass gerne einen Daumen nach oben da und abonniere auch gerne den Kanal, dann verpasst du hier keine weiteren Updates und jetzt viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir einmal mit den Basics, damit ihr auch gleich versteht, was in diesen Heatmaps dargestellt wird. Diese Ansichten kommen euch wahrscheinlich schon bekannt vor. Das haben eigentlich alle gängigen Börsen dargestellt mit den Orderbüchern und in der Mitte dargestellt das Ganze grafisch. Was kann man hier sehen? Man kann die Limit Order sehen auf Coinglas hier von den verschiedenen Börsen. Wir sehen hier zum Beispiel bei 48.000 Dollar sind 1200 Bitcoin als Verkaufslimit Order eingegeben worden in die Orderbücher und hier in grün sind halt die Kauflimit Order drin. Und daraus kann man ableiten, zu welchen Preisniveaus welche Nachfrage herrscht oder was für ein Angebot herrschen wird. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, so schnell wie man die Order reinstellen kann, kann man sie auch wieder runternehmen. Also das passiert eigentlich ziemlich oft und das ist auch das große Problem. Und in der Mitte wird das hier einfach nochmal grafisch auch dargestellt, was hier links zu sehen ist, damit man das auch ein bisschen besser vergleichen kann. Ab was für einem Preisniveau kommen auf einmal noch mehr Sell Order rein? Zum Beispiel hier bei 53.000 US-Dollar gibt es nochmal zusätzlich sehr viele Order, die dann auf einmal noch mehr steigen in der Höhe. Ähnliches bei den Kaufordern ab 42.500 Dollar wollen dann auf einmal wieder mehr kaufen. Da sind zumindest die Limit Order drin und das gleiche wird hier eigentlich im Prinzip auch dargestellt in so einer Heatmap. Wir können das hier auch so clustern, je nachdem was unser Minimumwert ist in Bitcoin auf der jeweiligen Börse und unser Maximumwert. Und wenn das Maximum oder der Maximumwert hier erreicht worden ist, im Moment habe ich es eingestellt auf etwa 200 Bitcoin, dann wird es hier gelb. Also da liegen sehr viele Order. Und jetzt, was oft passiert ist und was man oft in den sozialen Netzwerken oder in irgendwelchen Videos sieht, habe ich mir zumindest sagen lassen. Das habe ich auch in unserer Telegram-Gruppe jetzt immer wieder gesehen, dass Leute das dann so posten und sagen, guck mal, hier bei 49.300 US-Dollar, da sind so viele Order drin, das wird da niemals drüber gehen. Oder hier als anderes Beispiel, 45.000 und ein paar kaputte, da sind so viele Order drin, das wird auf jeden Fall als Unterstützung halten. Und jetzt muss man sich die Frage stellen oder ihr müsst euch die Frage stellen, ein großer Wahl, ein großer Investor, ein großer Trader, der so eine Order reinstellt, warum sollte er es so offensichtlich machen? Also warum sollte er so große Positionen, Limit Order reinstellen, wo jeder einfach sehen kann, okay, da werden sehr viele Order dann drin liegen, da könnten wir eine Unterstützung oder einen Widerstand sehen. Was wird dann am Ende des Tages passieren? Denn die Kleinanleger vor allem sehen dann sowas in irgendwelchen Twitter-Posts beispielsweise und denken sich, ah, bei 45.500 US-Dollar sind sehr viele Order drin, ich bin schlau, ich setze meine Order knapp drüber, dann geht meine Order durch und ich kann auch auf die Unterstützung bauen, die da drunter noch liegt, mit diesen großen Summen, die da als Limit Order drin sind, also ganz klassisch Frontrunning betreiben. Und das wissen natürlich auch die großen Anleger und die Wale, warum sollten sie das machen? Also es gibt eigentlich zwei Motive, warum die das eigentlich machen. Entweder, weil sie einfach suggerieren wollen, dass da eine Unterstützung lauert, dass da sehr viele Order drin sind, oder ein ganz anderer Fakt und das ist meiner Meinung nach viel öfter der Fall. Ich spreche ja auch oft über Liquidität in meinen Videos. Wir sprechen darüber, was passiert bei einem Breakout, da entsteht Liquidität und dann schlagen die Wale zu, dann gibt es die Gegenbewegung, dann haben sie ihre Orders gefüllt und können dann ihre Positionen dann komplett abschließen und dann geht es in die Gegenrichtung. Und auch bei sowas ist Liquidität ein sehr wichtiger Faktor, denn große Anleger brauchen Liquidität, damit sie keinen großen Slippage erhalten, damit sie effizient traden können. Und wenn die sowas machen, was passiert da? Genau das, was ich euch gerade gesagt habe, hier werden dann Long-Positionen aufgebaut, Long-Position, Long-Position oder hier drunter vielleicht Short-Position, Short-Position, Short-Position und hier entsteht dann Liquidität, also unter oder über diesen Marken entsteht Liquidität und als Wahl, wenn man jetzt Liquidität bräuchte, könnte man sozusagen das Ganze so machen, ich stelle hier eine große Order rein in diesem Bereich, obwohl ich eigentlich Short gehen möchte. Und hier gehen die ganzen Retailer rein, die denken, okay, hier haben wir eine Unterstützung, ich baue jetzt hier Long-Positionen auf und genau diese Long-Positionen verkaufen die dann. Also die Wale gehen ja die Gegenposition ein, dann haben sie hier Liquidität und können hier große Short-Positionen aufbauen oder hier oben große Long-Positionen aufbauen mit der Liquidität der Kleinanleger. Und was dann im Anschluss passiert, ist die einfache Tatsache, dass diese Order dann gelöscht werden. Die werden einfach wieder aus den Orderbüchern rausgenommen, also ähnlich wie es hier der Fall war. Ich zeige euch gleich auch ein Beispiel, wie es genau so abgelaufen ist. Also hier werden dann die Order wieder rausgelöscht, obwohl der Kurs nicht da hochgelaufen ist. Das habe ich jetzt hier nur als Beispiel genommen. Das ist im Prinzip illegal auf den traditionellen Märkten. Das nennt man Spoofing und das darf man nicht, weil man dadurch den Markt manipuliert. Man suggeriert Nachfrage oder Angebot, je nachdem in welche Richtung das gemacht wird. Das ist auf jeden Fall illegal. Damit wird der Markt manipuliert. Da kommt man für ins Gefängnis, wenn man das in großen Mengen macht. Und im Kryptomarkt, da sind wir im wilden Westen, da ist halt sowas möglich. Und dadurch, dass diese Plattformen immer weiter diese Daten bereitstellen, das Ganze schön visualisieren, das verbreitet sich, wird gut geklickt und dann auch gut verbreitet, wird das immer wieder verwendet. Und ich habe das Gefühl, das passiert auch häufiger als früher, meiner Meinung nach. Und ich möchte euch jetzt mal ein Beispiel zeigen, wie das dann in der Praxis aussieht und aussehen könnte. In Zukunft auch, wenn ihr sowas seht, immer sowas halt mit Vorsicht genießen. Weil es kommen solche Posts, wie zum Beispiel von Will Clemente. You're really going to panic sale to Phoenix whales. Natürlich sind hier sehr viele Order drin, aber das suggeriert halt, dass da Unterstützung herrscht, die gar nicht gebrochen werden kann. Und das ist halt sehr gefährlich, weil das halt auch die Leute verleitet, dann irgendwie noch zu kaufen oder Long-Positionen einzugehen, weil sie dann denken, okay, die 46.000 US-Dollar, die halten in diesem Fall, weil da sind so viele Order drin. Das kann eigentlich gar nicht schief gehen. Das wird halt, wie gesagt, auch viel geklickt. Also nichts jetzt hier gegen Will Clemente, der macht super Analysen. Aber solche Geschichten finde ich halt immer wieder gefährlich, weil, wie gesagt, diese Order können in einer Sekunde wieder weg sein und da hat man halt gar keine Unterstützung mehr. Und wie es in der Praxis aussieht, als Beispiel sehen wir mal hier. Wir haben hier in Gelb sehr viele Order drin, Limit Order als Verkaufskurse und das könnte dann als Widerstand angesehen werden. Und das war auch eine sehr lange Zeit dann hier drin, das seht ihr hier. Und wenn man mal zu diesem Zeitpunkt geht, wo der Kurs dann hochläuft, dann ist was sehr Spannendes passiert. Dann sind genau, wo der Kurs da rübergegangen ist oder in die Nähe gekommen ist, diese Order verschwunden und der Kurs konnte einfach rübergehen. Woran liegt das? Weil vor allem durch das Frontrunning irgendwann auch die Short-Liquidität irgendwo auch ausgeschöpft ist. Also die Short-Nachfrage ist dann irgendwann ausgeschöpft, weil alle dann in die Short-Positionen schon eingegangen sind. Und wenn dann auf einmal diese Sell-Wall verschwindet, dann kann der Kurs einfach ganz schnell drüber gehen. Das sehen wir nochmal, wenn wir ein bisschen näher reinzoomen, auch nochmal ein bisschen genauer, also das Ganze nochmal hier angetestet und in der nächsten Kerze sind diese Order einfach nicht mehr drin. Und der Kurs geht einfach rüber und das sehen wir immer wieder. Und wie gesagt, ich sehe diese Charts immer wieder und die werden einfach verbreitet, ohne dass Leute überhaupt verstehen, was dahinter steckt. Und nicht nur diese Heatmaps werden immer beliebter, sondern auch generell Orderflow, Trading. Aber da ist halt das Problem, viele Leute wissen gar nicht, was man mit diesen Informationen anzufangen hat. Ich kann euch da immer wieder mal ein bisschen was mitgeben an die Hand, aber das Problem ist, vor allem jetzt zum Beispiel bei der Heatmap, man kann gar nicht einschätzen. Deswegen nutze ich das auch nicht, bringe das auch sehr, sehr selten in meine Videos mit rein, weil man im Endeffekt nicht wissen kann, wenn hier so eine Order reingesetzt worden ist, wie wir es jetzt aktuell haben bei Bitcoin, hat der Wahl das Motiv, einfach nur zu suggerieren, dass da Unterstützung ist, damit hier der Kurs nicht hier runterläuft, damit die Leute ein bisschen optimistischer sind oder möchte er einfach nur diese Orders füllen und dann nach unten den Kurs drücken. Also deswegen ist es halt so schwierig, das Ganze zu verwenden und ich finde es halt auch ein bisschen gefährlich, dass immer mehr YouTuber vor allem anscheinend, weil ich es halt durch die Telegram-Gruppen dann auch mal wieder sehe, solche Informationen auch streuen, ohne überhaupt selber zu verstehen, was da überhaupt passiert. Die lesen meistens dann einfach irgendwelche Posts nach oder irgendwelche Newsartikel nach und wissen gar nicht, was bedeutet das jetzt überhaupt und hinterfragen das irgendwie gar nicht und ihre Zuschauer machen dann einfach blind nach, was sie sagen und das ist meiner Meinung nach sehr gefährlich und dieses Phänomen haben wir zum Beispiel aktuell auch beim Leverage Ratio. Da sind wir nämlich aktuell bei einem sehr hohen Wert, was das Leverage Ratio geht, über die ganzen Börsen verteilt und daraus die Implikation ist für die meisten, die sich nicht wirklich noch tiefergründig damit beschäftigen, oh wir haben sehr hohe Hebel, wir sind sehr gefährlich unterwegs, das könnte alles gleich einstürzen, es ist viel zu viel Gier auf dem Markt, aber was sagt das Leverage Ratio überhaupt aus? Das ist ganz einfach hier unten links auch dargestellt, das ist einfach das Open Interest, also alle offenen Positionen aller Exchanges, durch die Anzahl der Bitcoins, die auf den Börsen liegen und wenn wir die Entwicklung uns einfach nochmal vor Augen führen, wie viele Bitcoins auf den Börsen liegen und was für ein Trend dahinter steckt, ist ganz klar, auch wenn das Open Interest konstant bleiben würde, würde das Leverage Ratio halt steigen, weil immer die Reserven der Bitcoins auf den Börsen immer weniger wird und dadurch halt dieser Wert im Estimated Leverage Ratio steigt. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass immer mehr in Stablecoin Margin getradet wird, das heißt man braucht keine Sicherheiten mehr in Bitcoin hinterlegen, deswegen werden auch immer weniger Bitcoins eingezahlt auf die Börsen, man kann einfach mit einem Stablecoin Bitcoin traden und braucht gar nicht Bitcoin auf der Börse liegen haben und dadurch wird das Ganze verzerrt, der Anteil der Future Kontrakte beispielsweise, die über Stablecoins laufen, die werden immer höher und der Anteil, die über Bitcoins dann tatsächlich laufen, Bitcoin Margin sind, die werden immer geringer und deswegen ist es gar nicht so schlimm, wie es immer dann dargestellt wird mit dem Estimated Leverage Ratio, es ist vergleichsweise hoch, aber das können wir uns auch ganz einfach dann vergleichen, indem wir mal zum Beispiel hier uns das Ganze mal anschauen, Open Interest ist gar nicht so hoch, wie wir es beim Allzeithoch zum Beispiel hatten, also es ist niedriger, was auch dem Kursverlauf irgendwo auch entspricht und zusätzlich Funding Rates, ganz einfache Metrik, um einfach mal zu schauen, ist eine Diskrepanz zwischen Future Märkten und Spot Märkten vorhanden, das ist einfach die Differenz zwischen dem Future und Spot Märkten, wenn wirklich sehr viel gehebelt wird, wenn wirklich sehr viel Gier auf den Straßen vorherrscht, dann haben wir höhere Werte auf den Future Märkten, weil halt viel Hebel genutzt wird und dann haben wir halt höhere Funding Rates und dann wird es halt auch gefährlich, das sage ich euch ja auch dann immer wieder, wenn wir wirklich so ein überhitztes Marktumfeld haben, aber jetzt aktuell, das seht ihr hier in blau dargestellt, haben wir Funding Rates, die sind eigentlich sehr moderat aktuell bei 0,01, wenn wir das Ganze mal vergleichen, wie es aussah bei den alten Allzeithochs zwischen März und April, da hatten wir so hohe Funding Rates, das habe ich euch dann auch immer wieder gesagt, dass der Markt überhitzt ist, dass sehr viel Gier vorherrscht, hat fast jeder dann auch Geld gemacht, weil der Kurs dann nur noch nach oben gegangen ist, brauchte man eigentlich nur noch Long-Positionen aufbauen und hat irgendwie Profite gemacht und das kann eigentlich auch kein Marktumfeld sein, der sich langfristig hält und wenn man das Ganze jetzt mal vergleicht mit dem Estimated Leverage Ratio, haben wir ein ganz anderes Bild, also das Ganze ist aktuell moderat, es wird eigentlich nicht über die Future Märkte jetzt sonderlich krass gehebelt und irgendwie große Long-Positionen aufgebaut, aus diesem Grund ist es halt wichtig, dass wenn ihr solche Charts seht, dass ihr das alles versteht, es ist ganz einfach, irgendwelche Charts zu posten und das irgendwie unkommentiert auch zu lassen, das sehen wir auch sehr oft auf Twitter, aber auch einfach irgendwelche Posts zu nehmen und das Ganze einfach nachzusprechen, ohne das zu verstehen, das finde ich sehr gefährlich, Leute, deswegen informiert euch immer auch selber, glaubt nicht nur mir natürlich auch, versteht immer, was ihr da seht, dann fahrt ihr langfristig am besten, dann müsst ihr auch keinem anderen vertrauen, dann könnt ihr diese Daten auch irgendwo selber dann auch noch im Gesamtzusammenhang setzen und das Ganze auch nochmal gegenchecken, aber wenn man irgendwie gar nicht weiß, was dahinter steckt, dann hat man auf einmal so ein Bild im Kopf und denkt, oh, das sieht aber jetzt ganz schön überhitzt aus, wir gehen auf jeden Fall runter, das jetzt unabhängig von der aktuellen Situation, das bedeutet nicht, dass wir jetzt nicht runtergehen, aber dass man einfach diese Daten richtig deutet und auch wirklich in den Gesamtzusammenhang setzt, das ist wirklich sehr wichtig. Ja, das war auch schon das Video für heute, ich hoffe, es hat dir gefallen und konnte dich ein bisschen weiterbringen, falls ja, lass doch gerne hier einen Daumen nach oben da, abonnier auch gerne den Kanal, dann verpasst du hier keine weiteren Updates, mal ein anderes Video gewesen, aber meiner Meinung nach auch sehr wichtig, also kein reguläres Video heute, aber ich glaube, sowas ist halt sehr wichtig, weil es ist nicht einfach so, dass man irgendwelche Onchain-Daten nimmt, einen Chart nimmt und dann direkt sagen kann, hoch oder runter, man muss schon alles in irgendwie einen Gesamtzusammenhang setzen können, deuten können und auch irgendwie Backgroundwissen haben, damit man das überhaupt alles machen kann, ist nicht so einfach, wie es immer im Internet dargestellt wird und aus diesem Grund ist es halt auch wichtig, darüber irgendwie aufzuklären, falls du irgendwelche Freunde hast, wo du das teilen kannst, das Video, wo du der Meinung bist, das könnte auch denen irgendwie helfen, mach das gerne auch, das hilft mir natürlich auch, vielen Dank dafür, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder, ciao, ciao.